So, das letzte Video aus Krakau. Ich stehe gerade vor dem Hotel und gleich geht es zum Flughafen und dann zurück nach Deutschland. Es gibt vieles, was ich von Ihnen mitnehme. Von einer Sache habe ich erzählt. Da könnt ihr mal reinlesen, wenn ihr Lust habt. Das hat das Sonntagsblatt veröffentlicht, fand ich ganz nett. Da könnt ihr hier lesen, wie es ist. Und ich probiere es jetzt hier zum ersten Mal. Da sollte hier ein Link erscheinen. Könnt ihr draufklicken und dann das lesen und dann sehen. Und ich erzähle da von Salsa-Musik, die in anderen Ländern im Gottesdienst verwendet wird, im Gottesdienst gesungen wird. Und wer da mal reinhören will, was so christliche, liturgische Salsa-Musik ist, der kann mal hier draufklicken. Da sollte jetzt hier ein Link erscheinen. Draufklicken, YouTube, dann könnt ihr das hören. Und falls das mit den beiden Bildern jetzt hier nicht klappt, unten steht es auf alle Fälle. Da könnt ihr auf alle Fälle draufdrücken. Gesegnete Zeit euch. Alles Gute und bis bald. Macht's gut. Ciao.